Diagnostik Nord ist seit 1999 Hersteller für In-Vitro-Diagnostika. Qualität, Innovation und Kundenorientierung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sichern den Bedarf an medizinischen und Drogenschnelltests, um beispielsweise Herzinfarkte, Thrombosen, Tumore, Infektionen oder Drogenmissbrauch schnell und sicher zu diagnostizieren. Unsere Drogenschnellteste, die in Form von Urin- und Speicheltesten erhältlich sind, weisen bis zu 20 verschiedene Drogen nach. Für die medizinische Diagnostik bieten wir beispielsweise den Troponin, Blasentumor, PSA, D-Dimer, Blut im Stuhl, Streptokokken oder CRP-Test an. Sämtliche Bestellungen werden innerhalb von ein bis zwei Werktagen durch unseren komplexen Service abgewickelt. Mit unseren Produkten beliefern wir Großhändler, Arztpraxen, Kliniken, Apotheken und die Arbeitsmediziner weltweit. Weitere Informationen unter www.diagnostik-nord.de